Oh mein Gott, das ist scheiße! Diese Bar ist der einzige Ort, an den wir vor unseren Frauen flüchten können. Das ist eine größere Katastrophe als der letzte Film von Jack Black. Und nun wieder Jack Black in Der unkonventionelle Butler. Edgar, bringen Sie mir den Tee. Yeah! Yeah! Moment mal, Butler sollen elegant sein und gute Umgangsformen haben. Der Typ hier schreit nur rum und wedelt mit den Armen. Du bist ein alter Mann, du checkst nicht, worauf die Jugend abfährt. Das ist wahr. Ich werde mich ab jetzt ändern. Ich werde mich ab jetzt ändern.